Auch diese Woche würden wir Ihnen gerne ein paar interessante Werte vorstellen. Vor allem den US-Titel mit dem Kürzel CLOV. Hier gab es jetzt schon letzte Woche einiges an erhöhtem Kohlvolumen. Wir sehen, das hat sich diese Woche zu Beginn der Woche mit knapp 400.000 Foot gesetzt. Am Freitag war es in der Form nichts zu sehen. Das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass natürlich sehr, sehr viele Trader hier intraday rein sind und auch direkt am gleichen Tag die Position dann auch wieder geschlossen haben. Ich meine, die ist am Freitag, wenn man sich das anschaut, von 20 Cent in der Spitze bis auf 2 Dollar, Entschuldigung, auf 1,80 Dollar gegangen. Das sind natürlich auch dementsprechend große Schwankungen, große Bewegungen, die wir bei CLOV gesehen haben. Vieles davon findet, wie erwähnt, leider hier nur im Intraday-Bereich statt. Auch heute waren die Schwankungen zwischen 1,30 und 2,40 recht hoch. Aber trotz alledem, ich glaube, vom Chart und von dem Ausbruch über die 9-Dollar-Markt ist einiges ein. Der Wert selbst hat hier Gesundheits- oder Gesundheits- oder Gesundheits-Krankenversicherung für Gesundheitspläne, sage ich mal, für die USA, wo wir einiges an, sage ich mal, an interessanten News auch in den letzten Jahren. Fragen hatten von einem, der hier das Komitee, ein, das jetzt zudem kurz hier den News einmal zeigen, war in der Form der Artikel hier auf Yahoo Finance über Demetrius Kutsuakis, was glaube ich letzte Woche für einiges an Bewegung gesorgt hat. Und das Ganze hat sich dann dementsprechend heute noch fortgesetzt. Also da ganz wichtig, weiter drauf zu schauen. CLOV, ganz interessanter Titel, auch wenn da schon einiges passiert ist, glaube ich, hier noch Potenzial auch für die nächsten Tage zu sehen. Und ansonsten, wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Woche schon, ist Apple momentan noch ein ganz interessantes Thema. Da war an sich jetzt hier diese Woche, glaube ich, kurzfristig noch ein Ausbruch über die 135-Dollar-Marke an. Das waren auch so die größten Umsätze im Optionsvolumen, die wir heute noch neben dem gerade angesprochenen Wert auf CLOV gesehen haben, war es ja vornehmlich bei Apple auch eher kurzlaufende Optionen. Wir hatten ja hier unser David Kohlspread oder unsere Aussichten auch hinsichtlich Juni schon einmal vorgestellt, dass wir uns sehr gut hier vorstellen können, dass es zu einem Ausbilden eines neuen Allzeithochkurses kommt oder zumindestens, dass die 145-Dollar-Marke in nächster Zeit auch noch einmal angetestet wird. Also das sind die zwei interessanten Werte vom Beginn der aktuellen Woche. Wir hatten auch noch den einen oder anderen Wert aus der letzten Woche. Einer dieser Werte war der Titel EBON. Da hat sich leider heute nicht allzu viel Positives getan. Der Wert wird 11 Prozent im Minus, hat hier eine ganz gute Unterstützung bei 4 Dollar. Es gab hier einige kurzfristige Wetten, dass das Ganze über die 5-Dollar-Marke jetzt im Mai geht. Kann natürlich jederzeit noch passieren. Ansonsten war es noch der Titel Bristol Myers, wo es auch einiges an Optionsvolumen gab. Wir sehen das, glaube ich, unten ganz gut dargestellt. Und wir hier auch mit einer weiteren Fortsetzung dieses Anstiegs rechnen. Und dementsprechend, glaube ich, die Wetten waren ja auf 67.5. Auch da zum neuen 52-Wochen-Hoch in den nächsten Wochen kommen sollte. Hier war es eine Call-Option, die auf Juni 67.5 läuft. Sieht momentan ganz stabil aus. Unten können Sie auch dementsprechend noch einmal das Volumen betrachten. Vornehmlich natürlich der Ausschlag hier auf der Call-Seite, speziell in den letzten drei Tagen. Aber es gab natürlich auch das ein oder andere auf der Put-Seite, was in den letzten Tagen etwas stärker gehandelt wurde. Ja, sollten Sie auch in den nächsten Wochen keines dieser Videos verpassen, würden wir uns freuen über jeden Like. Subscribe zu unserem Kanal oder lassen Sie uns einen Kommentar da, sodass wir auch in den nächsten Videos auf Ihre Wünsche oder Empfehlungen eingeben können. In dem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.